Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich eine JPEG-Datei bzw. ein Foto oder ein Bild kostenlos an eine PDF-Datei umwandeln kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Hier gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, doch ich zeige euch das Ganze jetzt mal mit dem kostenlosen PDF24-Tool. Am besten mal die entsprechende Webseite hier öffnen oder auf den ersten Link unter dem Video in der Videobeschreibung klicken, dann kommst du auch auf diese Webseite hier. Jetzt können wir hier in der Mitte auf Dateien wählen gehen, dann öffnet sich auch schon unser Explorer. Bei mir sind die Bilder jetzt in Downloads drinnen und jetzt kann ich einfach mal meine entsprechende JPEG-Datei bzw. auch mein Foto hier auswählen und mit Öffnen unten bestätigen. Man kann übrigens auch mehrere Bilder auf einmal einfügen. Wichtig hierbei ist nur, dass wenn ich ein Bild einfüge, dann entsteht auch eine PDF, füge ich jetzt zwei Bilder ein, dann wird ebenfalls insgesamt nur eine PDF erstellt. Also bei mir jetzt mal den Hasen hier und mit Öffnen bestätigen. Als nächstes klicke ich jetzt hier einmal auf Umwandeln drauf, dann dauert es einen kurzen Moment und danach gleich hier auf Download. Nun kannst du sehen, bei mir wird das Ganze hier unten angezeigt. Ich öffne jetzt also einfach mal meine erstellte PDF-Datei und wir können sehen, dass der Hasen, der gerade noch eine JPEG-Datei war, jetzt eine PDF-Datei ist. Hätte ich jetzt natürlich mehrere Bilder eingefügt, dann wären hier einfach mehrere Bilder untereinander in meiner PDF-Datei drin. Und somit haben wir jetzt auch schon JPEG richtig in eine PDF-Datei umgewandelt. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Vielen Dank! Vielen Dank!